Philartos brach Amios war ein byzantinischer Domesticus und Strategos, Stadthalter der Provinz Kolonia im Militärbezirk der Armeniaken und kaiserlicher Kuropalates und Proto-Sebastos chronologische Übersicht. Leben Philartos entstammte der orthodoxen armenischen Familie der Varadschen-Uni, die in Antiochia ansässig war, aber vermutlich ursprünglich aus Sarkatsos stammte. Philartos trat, wie damals viele seiner Landsleute, in die Armee ein, wo er schnell Karriere machte. Die Ränge Taxiarches, Protospateries und Tupotirets der Tagmater von Cappadoquin, Magister und Dux sind durch Siegel belegt. Er wurde schließlich zum Stratopiterchen des Themas Anatolikun und Kuropalates ernannt. Unter Kaiser Romanos IV. Diogenes wurde er zum Autokrator und Stadthalter von Maras ernannt. In den 1060ern wurde das langsame Vordringen verschiedener türkischer Volksgruppen nach Westen nachdrücklicher. Die Grenze konnte zwar weitgehend gehalten werden, aber schon 1059 wurde zum Beispiel Sebaste von türkischen Truppen geplündert. Nach Matthias von Edessa mit Billigung des Kaisers. Diese Behauptung gilt als unhaltbar, zeigt jedoch, dass das Vertrauen der östlichen Provinzialen in die Regierung in Konstantinopel schwer erschüttert war. Die Auflösung der Themenverfassung und die Annexion Armeniens hatten die byzantinische Armee stark geschwächt. Sie konnte den sehr beweglichen türkischen Gruppen nicht mehr Herr werden. Wann Philartos zum Stret Egus von Kolonia im Armenierkon ernannt wurde, ist unklar. Der normannische Söldner Robert Krepin hatte 1069 gegen den Kaiser rebelliert. Wahrscheinlich war Philartos Teil der Armee, mit der Diogenes nach Anatolien zog, um die Rebellion niederzuwerfen. Nachdem sich Krepin ergeben hatte, wandte sich der Kaiser gegen die Seltschuken und besiegte einige plündernde Gruppen. Er ließ Philartos zur Verteidigung des Euphrat zurück und marschierte auf Alad bei Ersyrum, das von den Truppen Alp Aslans gehalten wurde. Philaret konnte jedoch nicht verhindern, dass die Seltschuken den Euphrat überquerten und erlitt eine empfindliche Niederlage bei Melitene. Die Seltschuken plünderten Kolia und konnten erst auf dem Rückweg in einen Hinterhalt gelockt werden. Zu dieser Zeit war ebenfalls von Romanos IV. Er nannt der Armenier Katschatur in Nachfolge von B.E.K.H.D. Dux von Antiochia. Er scheint zahlreiche armenische Soldaten um sich gesammelt zu haben. Nach der vernichtenden Niederlage von Romanos IV. In der Schlacht von Mansikat 1071 im Südosten des Byzantinischen Reiches, bewirkt zumindest teilweise durch Verrat aus den eigenen Reihen, begann der Hochadel der Hauptstadt einen Kampf um die Macht. Andronikos Dukas, der in Mansikat als Befehlshaber der Nachhut desertiert war, wandte sich offen gegen den Kaiser. Konnte dessen erschöpfte Truppen auf dem Rückmarsch schlagen und nahm Romanos selber gefangen. Er ließ ihn foltern, mit heißen Eisen blenden und verbannte ihn auf die Insel Proté, wo er im Sommer 1072 an den Folgen der Blendung verstarb. Seine Gattin Eudoxe, die Witwe von Konstantin X, hatten die Verschwörer bereits vorher unter Waffengewalt zum Eintritt in ein Kloster gezwungen. Der Bürgerkrieg und der Versuch von Kaiser Michael VII., den Normanen Sizilien zu entreißen, entblößte die östlichen Provinzen der dringend benötigten Truppen. Der Seltschuk im Herrscher Alp Aslan hatte den überwältigenden Sieg zunächst nicht weiter ausgenutzt. Während des Bürgerkrieges 1071-72 begannen jedoch einzelne Truppen von Kriegern auf Beutezug und turkmenische Nomaden über die nun schlecht, gesicherte Grenze nach Zentralanatolien einzudringen, um zu plündern, aber auch um eigene Herrschaftsgebiete einzurichten. Michael VII. erkannte den von Romanus IV. geschlossenen Frieden nicht an und stellte die vereinbarten Tributzahlungen von 360,000 solidi jährlich ein. Nach dem Tode Alp Aslans am 24. November 1072 begann sein Sohn und Nachfolger Malik Sha'i mit verstärkten Angriffen auf Anatolien. Die Verwaltungs- und Militärstruktur in Kolonia und wohl auch in der Euphratregion, also der Osrhöne, Merlitene, Komagene und der Kyrestieke war zunächst weitgehend intakt geblieben. Philartos erkannte jedoch bald, dass ihm die geschwächte Zentralregierung keine Unterstützung zukommen lassen konnte oder wollte. Es blieb ihm und seinen loyalen Offizieren überlassen, sich den vordringenden Seltschuken und aufrührerischen Lokalfürsten, welche die gesetzlosen Zustände zu ihren eigenen Vorteil auszunutzen versuchten entgegenzustellen. Eine Reihe anderer örtlicher Befehlshaber folgte seinem Vorbild, darunter Isakomnenos in Antiochia, Nikephoros Palaiologos in Mesopotamien, Gregor Pekorianus in Theodosiopolis, Abulgarib in Kilikin, Basileus Apokapes in Idessa und auch Gabras, dem es in der Folge sogar gelang, trapezunt und das Thema Cialdia zurückzuerobern. Philartos machte zunächst Mestschar, südlich von Militene, zu seiner Basis. Viele örtliche Befehlshaber versuchten inzwischen, Die direkte Macht über ihr unmittelbares Einflussgebiet zu erlangen und widersetzten sich jedem Versuch, wieder größere territoriale Einheiten herzustellen, das sollte er bei dem Versuch das Gebiet von Saas und unter Kontrolle zu bringen, erfahren. Er lud Tornik, Sohn des Muschik, zu Verhandlungen ein, dieser lehnte jedoch ab, mit der Behauptung, erkenne ihn nicht immerhin den kaiserlichen Stadthalter von Maras. Auch der Magister Gregorius Asakitz, der im Heer von Philartos diente, schaffte es nicht, seinen Schwiegersohn zur Vernunft zu bringen. Tornik, der sich nach einem bei Bekehr gefundenen Siegel inzwischen die Titel Antipathos und Stradegus von Saas umzugelegt hatte, sammelte ein Heer, das angeblich 50.000 Fußsoldaten und 6.000 Reiter umfasste. Mit 1.000 Reitern unternahm er einen Vorstoß nach Aschmuschett im östlichen Teil von Armenien und es gelang ihm, im Bezirk Hanzit in der Ebene von Alleluia ein Kontingent von Filarets fränkischen Söldner, die die bereits vor Mansikat im Armenierkon stationiert gewesen waren, zu überraschen. Sie konnten die Franken in einem Überraschungsangriff einschließen und sogar ihren Anführer, von dem nur der armenische Name R.M. Bekhat bekannt ist. Gefangen nehmend, die Übersetzung des Namens ist unsicher, sowohl Rimbaut, Reimbaut als auch Russel wurden in Erwägung gezogen. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass Filartos einen Mann, der immerhin seinen verehrten Kaiser in offener Feldschlacht verraten hatte, in seine Dienste genommen haben soll. Turnik plünderte die Umgebung aus und zog sich auf Saas und zurück, während Filartos in Kabertruppen zusammenzog. Bevor er jedoch eingreifen konnte, war Turnik bei dem Versuch, mit dem türkischen Emirah Emmerbaka eine Allianz abzuschließen, getötet worden. Der Ablauf der Ereignisse ist nicht ganz klar. Matthias von Edessa behauptet, A.M. Erbaka habe Turnik in seine Festung gelockt, um ihn zu ermorden. Fest steht, dass Turnik seinen Gastgeber während eines Festmals mit einem Dolch den Bauch aufschlitzte und entwich. Auf der Flucht nach Saas und aber von einem Soldaten des Emus von Maiafarikin mit einem Speerstoß getötet wurde. Danach scheint Filartos Maras in der Komagene zum Zentrum seines Herrschaftsgebietes ausgebaut zu haben. Hoffmann nimmt an, dass er zu dieser Zeit eine Streitmacht von ca. 30.000 Mann befehligte, hier sind aber die Besatzungen der Städte und Festungen mit eingerechnet. Filartos setzte 1076 Sargist den Neffen des Katholikos Peter nach Vadan Areveli, einen heiligen und bescheidenen Mann als Bischof von Johnien am oberen Pyramus ein, versuchte also auch, die kirchliche Organisation wiederherzustellen, er wurde durch die Äbte des Klosters von Hagbad geweiht. Nach dessen Tod 1077 wurde Theodor Allahosik katholikos. 1079 suchte eine Hungersnot das Gebiet zwischen Edessa, Maras und Tarsusheim, im Süden war selbst Antiochia war betroffen. Flüchtlinge verhungerten auf den Straßen und nach Matthias von Edessa waren die Geier so satt, dass sie weitere Nahrung verschmähten und der Gestank unbestatteter Leichen das Land erfüllte. Zu dieser Zeit scheinen sich zahlreiche Flüchtlinge aus Armenien, besonders in Maras und Duliche in der Komagene, aber auch in Edessa und der Osrhöhne angesiedelt zu haben, der Cäsar Johannes Dukas war von Michael VII. zum Catepin von Edessa ernannt worden. Der Kaiser suchte scheinbar unter den monophysitischen Armeniern, Verbündete gegen Philartos, die er unter anderem in Gagik von Anni fand, der zu diesem Zeitpunkt in Caesarea residierte und dem er trotz dessen Gräueltaten den Titel Protoprödros verlieh. Der auf einem Bleisiegel überliefert ist, auch die Familie Bachlavuni, die seit der Zeit von Konstantini X. Monomachus in kaiserlichen Diensten stand, konnte er auf seine Seite ziehen. Der Magister Gregor Bachlavuni führte nun die Titel Epi Tukuitunos und Graf von Vasurakan und Tharon. Gagik von Anni, der bibelfeste aber chlorische Exkönig von Armenien, wurde schließlich durch die Brüder Mantels, Söhne des Pantaleon, loyale byzantinische Offiziere auf der Burg Kübistra gefangen genommen, er wurde erdrosselt, angeblich auf Anraten von Philartos. Doch dürfte Gagiks Befehl, hochgeborene griechische Frauen durch seine Truppen vergewaltigen zu lassen, wo immer er sein Nachtlager aufschlug und der Tod des Metropoliten von Caesarea, den er mit seinem Lieblingshund in einen Sack sperren ließ, bis dieser ihn unter Zähne knirschen und erbarmungswürdigem Stöhnen aufras, wenig zu seiner Popularität unter den Rumäern beigetragen haben, die einer solchen Aufforderung also nicht unbedingt bedurften. Danach scheint das westliche Kilikin unter der Herrschaft des Ruben von Vaka gestanden zu haben. Die Familie, der später die Könige von kleiner Armenien entstammten, ist seit Basileus II. belegt, als ein Mitglied den Bulgaren den Weg durch die Thermopylin nach Griechenland verlegte. Nach Matthias von Edessa gehörte Ruben der Leibwache von Gagik an, wahrscheinlicher ist jedoch, dass er ein loyaler byzantinischer Offizier war. Nach 1080 scheint er jedenfalls, ebenso wie Arzroni Abnelgereibs, seit 1072 Stratege von Tarsis, sein Vorgehen mit Philartos abgestimmt zu haben. In Edessa war seit 1077 Leon Diabatenostux, der von Michael VII. abgefallen war und unabhängig regierte. Es war jedoch klar, dass sich die reiche Handelsstadt auf Dauer allein der seltsjukischen Angriffe nicht würde erwehren können. Im Auftrag von Philartos griff 1078 Basileus Apokappes, der Sohn von Michael Apokappes und einer georgischen Mutter. Der ehemalige Westdeutsch des Choropalates David mit einer Reitereinheit Edessa an. Es gelang ihm jedoch auch nach einem halben Jahr konstante Angriffe nicht, die wohlbefestigte Stadt einzunehmen. Aber die Bevölkerung rebellierte schließlich gegen den Dux Leon, der sich in die Zitadelle flüchtete. Wo er am Altar der Gottesmutter erschlagen war, danach öffneten die Bürger Bessel, dessen Vater Abu Kaab aus der Stadt stammte, die Tore. Er regierte die Stadt bis 1083, eine Oase der Ruhe in dem schwer bedrängten westlichen Teil Mesopotamiens. Als er verstarb wurde er als fromm und wohltätig, ein Vater der Weisen und der Armen allgemein betrauert und in der Kirche von St. Georg begraben. 1080 hatten loyale byzantinische Soldaten auch den armenischen Usurpator Vasak Pahlavani, einen Sohn des Magisters Gregorioso und Bruder des Katholikos Varam, der in Antiochia die Herrschaft an sich gerissen hatte, beseitigen können. Dieser hatte zwar, vielleicht mit Billigung von Isar Komnenes den Titel Dux geführt, war aber nie offiziell ernannt worden. Was allein in kaiserlicher Kompetenz stand, Antiochia lag im Thema Chargenon, also außerhalb von Philartos, ursprünglichem Herrschaftsbereich. Trotzdem übernahm Philartos auf Bitten der versammelten Offiziere und der örtlichen Würdenträger die Verteidigung der Stadt. Vermutlich hatte er erkannt, dass von dem schwachen Herrscher Michael VII. Ducas den Philartos nie anerkannt hatte und auch seinem Nachfolger wenig Unterstützung zu erwarten war und es den örtlichen Herrschern überlassen bleiben würde, lebensfähige territoriale Einheiten zu schaffen und sich den zunehmenden zentrifugalen Tendenzen entgegenzustellen. In Anerkennung der geschaffenen Tatsachen ernannte ihn der neue Kaiser Naiki Voraus III. Botaniiates nicht nur zum Dux von Antiochia, sondern auch zum Domesticus der Skolz des Orients und nach einem Siegelfund. Schließlich auch zum Choropalates oder Protopalates und Protosebastos. Auch Basilius Apokappes, den Botaniiates nach Michael Ataliiates von Kämpfen an der Donaufront persönlich kannte, wird nun endlich offiziell anerkannt und erhält den Titel Proedrus Theodor, Sohn des Hetum, wird Graf von Militene. Aber auch Botaniiates ging bereits 1081 ins Kloster. Damit blieb es Philartos und seinen Männern überlassen in einem Gebiet, das im Westen durch den Amanus begrenzt wurde und im Osten bis über den Euphrat reichte, die Ordnung wiederherzustellen. Dieses Gebiet umfasste unter anderem Antiochia, Derminikea, Albistan, Melitene, Ablase, Martyropolis, Kesson und Sasson, Gaga, Edesa, Kabert, Raben, Samosata, Kyros, Hierapolis Bambeik, die ehemalige Hauptstadt der Komagene, sowie in Kilikin, wahrscheinlich im Bündnis mit Ruben von Vakar, Tarsus, Mamistra, Anas Abba. Nach dem Tode von Basilius ernannte der Rat von Edessa den Armenier Sempat, einen Helden der Peser Kriege zum Dux. Ohne allerdings die Zustimmung Philarets einzuholen, Eichan, ein Edessener vermutlich persischer Abstammung, blieb Philartos jedoch treu. Er und sein Bruder Theoderich, Zusammen mit weiteren Mitgliedern herausragende Edessener Familien schlossen sich gegen die Armenier zusammen und konnten die Stadt nach sechs Monaten des Aufstands an Philartos übergeben. Philartos scheint danach den armenischen Einfluss in Edessa deutlich beschnitten zu haben, angeblich wurde Ayuk, ein Führer der armenischen Partei hingerichtet, Sempat und seine Gefolgsleute im Rat in Ketten nach Malatja gebracht und dort geblendet. Es ist schwer, sich ein eindeutiges Bild zu machen. Matthias von Edessa ist eindeutig parteisch und Barhebreus berichtet verwirrenderweise, Philartos habe die Stadt von den Türken zurückerobert. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Überlieferung hier größere Lücken aufweist. Und Sempat unter Umständen ein Bündnis mit den Danischmaniden eingegangen war. Um die Interessen der reichen Handelsherren nach ungehindertem Warenverkehr zu befördern, eroberte Malik Shai, der seldjukische Sultan von Bagdad, mit Hilfe des Emils Suleiman Ibn Qutamis, dem Begründer des Sultanats von Rum. Mit 300 Männern Antiochia in einem Überraschungsangriff, die Bewohner flüchteten sich in die Zitadelle. Da Philartos sich zu dieser Zeit mit seinem Heer in Edessa aufhielt, konnte er ihnen nicht zur Hilfe kommen. Und die Bürger ergaben sich schließlich nach längerer Belagerung den Seltschuken. Anerkommenden A. behauptet, Philartos sei zum Islam übergetreten und sein Sohn sei, nach dem Versuche, ihn von diesem Schritt abzubringen, erfolglos geblieben waren, zu Suleiman nach Nikea gereist und habe ihm die Stadt übergeben. Der ganze Abschnitt ergibt jedoch wenig Sinn. Suleiman endete bereits im folgenden Jahr nach einer verlorenen Schlacht gegen Tutush, den Bruder Malik Shas, durch Selbstmord. Antiochia fiel an Abu Esaidi Tatshetda Fla Tutush, den seldjukischen Sultan von Aleppo. 1084 eroberte ein Emil namens Polchatashi Poltachi den Bezirk Jahan. Der Erzbischof Teodoros von Czonnien kam damit unter seldjukische Herrschaft und Philartos sah sich gezwungen, einen neuen, von den Türken unabhängigen Bischof einzusetzen. Eine Synode in Maras wählte Paulus den Abt des Klosters vom Heiligen Kreuz in Werig zum Katholikos. Damit gab es im ursprünglichen Erzbischstum von St. Gregorius nun vier Erzbischöfe. Erzbischof Varam, der sich mit seinem Gefolge als Einsiedler in die ägyptische Wüste zurückgezogen hatte. Erzbischof Theodoros in Czonnien, nun im Herrschaftsgebiet der Seltschuken. Erzbischof Basek in Ani, der alten Hauptstadt des armenischen Königreiches als Nachfolger seines Onkels Gregor II. V. Kayasa. Erzbischof Paulus in Maras, von denen jeder unabhängig Priester, Weite und Bischöfe einsetzte. Paulus wurde 1090 durch den armenischen Patriarchen Basek mithilfe Malik-Schahs abgesetzt und starb 1093 in Edessa. 1086 trat Philartos auf allen Seiten durch das Vordringen der Seltschuken bedroht in Verhandlungen mit Malik-Schai ein. Er ließ den griechischen Parakolmumen Ostpalazianos in Edessa als seinen Stellvertreter zurück. Der Offizier Pasamer ermordete ihn jedoch beim Gebet in der Kapelle des heiligen Theodor und warf sich selber zum Herrscher von Edessa auf. Was natürlich Philartos Verhandlungsposition bei Malik-Schah extrem schwächte. Außerdem stand der Sultan zu dieser Zeit selbst in Verhandlungen mit den Romäern, die allerdings durch den Verrat seines iberischen Abgesandten scheiterten. Matthias und Vardan behauptet, Philartos sei in seiner Verzweiflung schwach im Glauben geworden und habe sich zum Islam bekehrt, wenn dem so gewesen sein sollte. Hinderte es Malik-Schai jedenfalls nicht daran, sich nach und nach große Teile des Herrschaftsgebiet von Philartos anzueigen. Noch im selben Jahr zog er feierlich in Antiochia ein und nahm, wie die assyrischen Könige, vor ihm. Zu Pferd und in voller Rüstung an der Mündung des Eurundes ein Bad im Mittelmeer. Edessa wurde im Auftrag Malik-Schahs von dem Emil Busen belagert und litt bald unter einer Hungersnot. Basamer hatte scheinbar nicht ausreichend für Vorräte gesorgt und hatte auch keine Verbündeten, die ihm zur Hilfe hätten kommen können. Als die Lage aussichtslos wurde, wandten sich auch die Bürger der Stadt gegen ihn. Er stürzte sich schließlich von den Wellen und Edessa ergab sich an 1087 Busen. Philartos war damit durch Verrat seiner christlichen Untertanen und den Vormarsch der Seltschuken wieder auf sein Kerngebiet um Maras zurückgeworfen. Kaiser Alexios I., der nach der Katastrophe von Mansekert begonnen hatte, allmählich den Militär- und Verwaltungsapparat wieder outzubauen. Er nannte ihn zum Proto-Sebastos, konnte ihm aber, selbst mit Kämpfen gegen die Normanen beschäftigt, keine militärische Unterstützung zukommen lassen. Es ist unklar, wann Philartos verstarb, nach 1086 wird sein Name in den Quellen nicht mehr erwähnt. Dedejan nimmt 1090 Tschernit das Jahr 1092 an. Nachfolger Zwei Söhne von Philartos konnten die Herrschaft in Germanika ja aufrechterhalten. Seine Offiziere Gabriel in Melitene und Thoros in Edessa, die beide ebenfalls dem orthodoxen Glauben anhingen, konnten seine die Nachfolge teilweise übernehmen. Kaiser Alexios I. bestätigte sie im Amt und ernannte Thoros zum Kuropalates, Gabriel zum Proto-Kuropalates. Bald nach dem Tode des Philartos musste sich Gabriel aber Malik-Schar unterwerfen. Auf einem Siegel nennt er sich nun Emil, Dux und Proto-Kuropalat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017